Herzlich willkommen zum THC-Talk, heute mit Laura Kuske. Laura, eine Torhüterin wirft heute zwei Tore. Wie oft ist es in deinem Leben schon mal vorgekommen? Noch kein einziges Mal bisher, aber ich freue mich sehr drüber. Also der THC hat heute sein erstes Bundesligaspiel in der Saison 2022-23 absolviert. Wir haben mit 18 zu 35 gewonnen. Wie glücklich seid ihr über den Sieg? Also wir sind sehr, sehr glücklich über diesen Sieg, weil wir halt einfach nicht wussten, wo wir stehen. Na klar, ist die Vorbereitung super gelaufen, aber man weiß nie, wie es dann in der Saison auch ist. Haben trotzdem noch einige Chancen liegen gelassen, aber ich denke im Endeffekt können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein. Und er ist einfach nur glücklich, wie es sich angefangen hat. Wie hat euch Herbert auf das Spiel eingestellt? Naja, er hat uns auf jeden Fall gesagt, wir sollen alles reinhauen, ist ja klar. Aber durch das, dass er auch nicht wusste, wie wir jetzt quasi drauf sind, haben wir einfach gesagt, wir müssen heiß sein, wir müssen Spaß haben und Gas geben und dann einfach gucken, was draus wird. Also kann man sagen, die Mannschaft harmonisiert so langsam? Ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Man muss gucken, wie es sich weiterentwickelt. Natürlich dauert das extrem lang, bei so vielen Neuzugängen, da wird es eine geschlossene Mannschaft zu werden. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und gucken, wie es weitergeht. Laura, wir danken dir für das Gespräch und auch viel Glück dabei. Vielen Dank, danke. Danke.